In diesem Video zeige ich euch, wie man mit der Klasse StreamReader ein Textfile lesen kann. Das Beispiel, das ich programmiere, ist ein besonderes. Und zwar, es gibt den CCC, den Catalyst Coding Contest. Das ist ein Programmierwettbewerb, der zweimal im Jahr stattfindet und die Beispiele von alten Wettbewerben sind im Netz frei verfügbar. Ich zeige euch, wie man sich registrieren kann und wie man an diese Beispiele kommt und wie man dann zum Beispiel ein Textfile einlesen kann. Ich gehe mal auf codingcontest.org und komme auf die Seite von diesen Wettbewerben. Da kann ich mich hier oben einmal registrieren. Das überspringe ich jetzt einmal. So, jetzt bin ich eingeloggt und jetzt gehe ich auf die Seite Cutcoder. Dort finden sich Beispiele von alten Wettbewerben. Ich sehe hier unter Training Games alle möglichen Angaben. Die kann man ausprobieren. Ich habe mir ausgesucht Skull CCC Hyperloop Direct. Ich klicke da drauf. Jetzt öffnet sich normal ein Dialog, wo drinnen steht, ab jetzt beginnt die Zeit zu laufen. Ich bin da schon drüber gesprungen und jetzt gehe ich einfach her und lad mir die Level Description, also die Beschreibung der Aufgabe runter. Und außerdem die Input-Files, die Text-Files, die ich dafür benötige. Jetzt gehe ich her, mache mir das Ganze auf und öffne mir einmal dieses PDF-File, das mir beschreibt, was ich überhaupt tun muss. Wenn man die Angabe öffnet, sieht man einmal, dass sie sehr schön gestaltet ist. Da geht es offenbar in dem Beispiel um ein Transportsystem, das heißt Hyperloop. Da müssen irgendwelche Routen geplant werden. Wir gehen einmal weiter. Keine Panik. Das Ganze ist auf Englisch. Ganz wichtig ist trotzdem die Angaben gut durchlesen. Da stehen oft Details drinnen, die sehr wichtig sind. Wir sehen einmal das Ganze. Es gibt offenbar ein XY-Koordinatensystem. Die ganze Welt ist eingetellt in so ein Gitternetz von Punkten. Alle Koordinaten sind ganze Zahlen. Gut. Der Startpunkt der Linie liegt auf Koordinatenursprung 0,0. Und alle Targets der Linie sind offenbar diese grünen Kreuze. Da gibt es welche oben und unten. Schauen wir, was da los ist. Before we start planning where to build, we need to do some analysis of the data. Gut. Angenommen, wir teilen diese gesamte Fläche in zwei Areas auf. Das sind zwei Teile. Und zwar eine Linie gibt es, die durch eine Y-Koordinate bestimmt ist, die das Ganze in zwei Teile teilt. Das ist diese Linie da bei Y gleich 3. Es gibt also den oberen Teil und den unteren Teil. Und alle Ziele sollen gefunden werden, die auf derselben Seite wie der Startpunkt sind. Der Startpunkt ist dieser Punkt. Das heißt, wir brauchen alle Targets, alle grünen Kreuzeln, die hier unterhalb von dieser horizontalen Linie sind. Okay. Die Targets müssen ausgegeben werden. Offenbar in derselben Reihenfolge, wie sie im Input vorhanden sind. Da sind noch kleine Bemerkungen. Ich schaue mir einmal das Datenformat an, blätter aber vielleicht einmal durch zu einem Beispiel. Da ist ein Fail. Da ist die erste Zeile, ist eine 3. Was heißt die 3? Line Y. Das heißt, die Y-Koordinate dieser horizontalen Linie. Das heißt, wir haben eh genau die Situation hier aufgezeichnet, die man da sieht. Zweite Zeile, 7, ist die Anzahl der Targets insgesamt. Und dann gibt es offenbar jedes Target, ist in eine X- und Y-Koordinate mit einer XY-Koordinate angegeben. Das sind sieben Stück, so eines zu drei, sieben Zeilen passt. Das heißt, alle diese sieben Kreuze sind auch so, sind hier mit XY-Koordinate angegeben. Wichtig ist, die X-Koordinate geht in die Richtung. Schauen wir mal, der Punkt 2-5 ist 2-5. Das ist dieser Punkt hier. Und was wir gesehen haben ist, gesucht sind alle Ziele, die unterhalb dieser Linie liegen. Das heißt, was brauchen wir hier? Aha, 2-5. Diese Y-Koordinate hier muss kleiner sein als die hier. Das heißt, alle Targets, wo die Y-Koordinate kleiner ist, 3 sollen gesucht werden. Das heißt, wir haben 2-5, dann haben wir minus 1, 2 und minus 2, 2. Das sind diese zwei Ziele. Gut, und der Output soll sein, alle Targets offenbar in einer einzigen Zeile ausgegeben. In der richtigen Reihenfolge. 2, minus 5, dann haben wir minus 1, 2 hier und minus 2, 2. Gut, ich glaube, es ist klar, was wir tun müssen. Und jetzt programmieren wir das Ganze. Ich habe hier schon ein Ding gestartet, ein Projekt angelegt. Was wir machen müssen, um ein File einzulesen, ist einmal einen sogenannten StreamReader verwenden. Wir legen den an. StreamReader kennt er noch nicht. Das ist deswegen, weil ich hier einen Namespace importieren muss. In dem Fall lasse ich mir die Korrekturen anzeigen. UsingSystem.io muss da oben eingefügt werden. Aha, das ist interessant, den kennt er nicht. Das kann ich fast nicht glauben. Strichpunkt. Gut, gibt es. Allerdings der Konstruktor von dem StreamReader nimmt hier, ah, da gibt es 11 Konstruktoren. Ich weiß, der nimmt eine Variante, wo ich hier einen Pfeilnamen eingebe. Wenn ich jetzt kurz schaue, wenn ich ein Pfeil einlesen möchte, ist es immer gut, wenn ich es mir wohin gebe, wo ich es leicht öffnen kann. Ich starte hier oben den enthaltenen Ordner, da muss ich mir aufmachen. Da macht es hier auf, in dem Verzeichnis, wo Programm CS ist, ich gehe auf Pin, Debug und kopiere mir, die habe ich mir schon vorher kopiert, hier meine ganzen Files rein. Und was ich hier sehe, ist dieses Level1-eg.txt ist ganz genau das Beispiel-File, das wir auch hier im PDF haben. Das heißt, das ist ein guter Anfang, dass ich sage, ich lese dieses Pfeil ein. Dazu hole ich mir den Dateienamen und den gebe ich hier im Programm an. Hier öffne ich das Pfeil. Wenn ich ein Pfeil öffne, muss ich zugleich auch dieses Pfeil dann am Schluss wieder schließen und außerdem will ich einen Console-Read-Key haben, damit das Programm stehen bleibt. Gut, wie liest man jetzt von einer Datei ein? Wenn wir uns dieses Pfeil anschauen, ist es so, ich kann mit einem Stream-Reader, lese ich nicht alles auf einmal ein, sondern ich lese immer nur so viel ein, wie ich verarbeiten möchte. Sehr oft, und bei diesen Beispielen ist das immer der Fall, lese ich zeilenweise ein. Das heißt, ich will die erste Zeile einlesen. Das Ding gibt mir dann die Y-Koordinate an. Gut, mache ich mal. Wie lese ich ein? Fast wie von der Konsole. Ich gebe ein Reader-Read-Line. Und diese Methode gibt mir einen String zurück. Das ist nämlich genau meine Zeile. Ich gebe ein Line ist gleich Reader-Read-Line. Das ist in dem Fall meine erste Zeile, die ich einlese. Gut. Wie komme ich jetzt zu der Zahl? Das Ganze sollte eigentlich aus einem Zeichen bestehen. Damit ich das Ganze als Zahl verarbeiten kann, sage ich, das ist meine Y-Koordinate und ich muss den String parsen in einen Int. Gleich vorweg, bei Coding Contest ist es ganz wichtig, auf die Zeit zu achten. Und da wird gar nicht viel auf Sicherheit geschaut. Wir lesen diese Zeile ein und ich weiß, das ist Y-Koordinate. Zweite Zelle ist die Anzahl der Punkte. Gut. Das heißt, ich lese auch die zweite Zelle ein. Line ist gleich Reader-Read-Line. Ich verwende einfach die Variable noch einmal. Das ist die Anzahl der Punkte N. Int. Pass Line. Wieder genau das gleiche. Ich passe diesen String in eine Zahl um. Gut. Jetzt habe ich alle möglichen verschiedenen Möglichkeiten, wie ich weiterfahre. Im Prinzip könnte ich eine Vorschleife machen, weil ich weiß, ich habe sieben Zeilen. Ich mache es so, dass ich jetzt einfach eine Array anlege von XY-Koordinaten. Das mache ich jetzt so, dass ich mir ein Value-Tuple anlege. Ich hoffe, ihr wisst, was das ist. Und zwar ein Array von Value-Tuples. Das sind meine Targets, heißen die in dem Beispiel. Gute Benennungen sage ich gleich weg von den Variablen. Ist auch beim Coding Contest nicht schlecht. Und ich möchte hier jetzt N Einträge anlegen. Wenn jemand nicht genau weiß, was Value-Tuples sind, sind. Die sind eine super schnelle Variante, wie ich einfach ein paar von zwei Zahlenwerten zusammenspeichern kann. Oder auch mehrere. Da gibt es ein eigenes Video dazu bei mir. Gut, Targets. Jetzt habe ich X und Y. Ich brauche jetzt. Ich möchte eigentlich so lange einlesen, bis ich mit dem Pfeil fertig bin. Und da gibt es eine Variante. Ich will so lange lesen, bis den Reader kann ich fragen, ob ich am End of Stream bin. Das heißt, ob ich fertig bin mit dem Pfeil. Und hier möchte ich jedes Mal eine Zeile einlesen. Gut, was wichtig ist, ich möchte natürlich in der Schleife bleiben, solange das Stream noch nicht aus ist. Das heißt, ich mache hier ein Not dazu. Jetzt hole ich mir immer eine Zeile rein. Beim ersten Schleifendurchlauf ist das 2-5. Wandle ich eine X- und Y-Koordinate um und speichere ein Array. Dann hole ich 2-4 rein, mache das gleiche 0-4 und so weiter, solange bis ich ganz am Schluss bin. Gut, das heißt, wir müssen, wenn wir da nochmal her schauen, wir haben jetzt im String zum Beispiel zwei Leerzeichen minus 5 stehen. Ich schreibe mir das kurz her. Hier das Beispiel. Gut, und ich möchte das jetzt zerhacken in eine X- und Y-Koordinate. In X, Y. Wie mache ich das? Ganz einfach. Ich kann, es gibt eine super praktische Methode zum Splitten eines Strings in einzelne Teile. Das geht so, dass ich Line.Split angebe. Und wo wollen wir das Ganze splitten? Beim Leerzeichen. Ich habe hier diesen String und ich möchte hier in der Mitte das auseinanderschneiden. Dann habe ich links den X und rechts das minus 5 stehen. Tatsächlich ist es so, dass ich hier jetzt in Parts 0 steht bei meinem Beispiel 2 drinnen und in Parts 1 steht in meinem Beispiel minus 5 drinnen. Und das kann ich wieder parsen. Was ich jetzt mache ist, ich mache es nicht ganz so schnell, damit es ein bisschen übersichtlicher ist, mache ich eine X-Koordinate. Das weiß ich ist in Punkt Pass von Parts 0. Ent Y ist gleich in Punkt Pass von Parts 1. Strichpunkt. Geht natürlich auch ohne Zwischenvariablen. Ich möchte ganz am Anfang in das Element 0 reinschreiben. Das heißt, ich muss mir hier noch einen Index machen. Ent Y ist 0. Und jetzt weiß ich, ich muss von den Targets ins Element 0 schreibe ich rein ein Doppel X-Y. Das sind genau diese Werte hier. Das geht natürlich nicht 0 hin, sondern Y. Und außerdem erhöhe ich dann Y um 1. Das müsste wunderbar hinhauen. Y kann ich hier nicht nehmen, weil ich die Koordinate bereits Y genannt habe. Dann nehme ich das unterstrich X unterstrich Y. Ist ja auch ein gültiger Variablename. Und ich speichere mir das hier ein. Gut, so habe ich eigentlich das Pfeil eingelesen. Ein paar von euch werden sich vielleicht schon denken, naja, das ist fast ein bisschen zu viel des Guten. Ich möchte eigentlich nur alle Werte ausgeben, bei denen diese Y-Koordinate kleiner ist als die Y-Koordinate, die ich da eingelesen habe. Das heißt, ich müsste das gar nicht in einem Array speichern. Ich tue es aber trotzdem, einfach um ein bisschen zu zeigen, wie man sowas einlesen kann. Gut, ich bin hier jetzt fertig beim Einlesen mit dem Pfeil. Ich schließe das Pfeil. Und hier laufe ich jetzt durch, durch das gesamte Pfeil. Y kleiner n. Das war die Anzahl. Ja, die Variable Y gibt es auch. Da muss ich Y gleich 0. Das int wegnehmen. Gut, und jetzt mache ich einfach nur die Ausgabe und überprüfe. Wenn von Targets der Eintrag I Punkt und da habe ich ganz genau das Y. Dieses Y da ist jetzt genau das Y, das ich hier oben habe. So funktionieren Value Tuples. Wenn das kleiner ist als das Y, das ich hier oben eingelesen habe, dann möchte ich das Ganze ausgeben. Ich mache es mir hier einfach. Ich mache einfach ein ConsulWrite. Dollar an Interpolated String. Ich schwinge eine Klammer auf. Zuerst gebe ich X aus den Leerzeichen. Ich schwinge eine Klammer zu. Upsala, ein bisschen vertippt. Natürlich alles kompletter Unsinn. Da gehört Targets X her. Targets Y. Genau, dann nehmen wir mal ein Leerstring. Da ist dann am Schluss einer zu viel. Aber das ist normal nicht so tragisch. ConsoleWrite. Sehr schön. Das müsste es auch gewesen sein. Wir sind beim Coding Contest und denken gar nicht viel nach. Wir probieren das Ganze mal schnell aus, ob da schon was rauskommt. Wir können auch inzwischen schauen, was ist die Ausgabe, die wir erwarten. 2-5-1-2-2-2. Wir starten das Programm. Das kompiliert ungewöhnlich lang. Aber was ich sehe ist nichts. Doch, da kommt es. Da kommt es. 2-5-1-2-2-2. Ganz genau die Ausgabe, die wir uns auch von unserem PDF erwartet haben. Kann ich vergleichen. Wunderbar. Das heißt, wir haben die Chancen, dass das Ganze eh schon funktioniert. Wenn ihr diesen Coding Contest nachvollzieht, könnt ihr jetzt nachschauen gehen, ob diese ganzen Files ebenfalls funktionieren. Wenn ihr da andere Files aufmacht, werdet ihr sehen, die schauen von der Struktur her genauso aus. Haben allerdings Koordinate 15 und sogar 1000 Punkte. Wenn ihr eine Lösung dann fertig habt, bastet ihr hier die Zeile hinein. Das macht es für alle 4 Files, die angegeben sind. Dann geht es auf Send Solution. Und wenn alles passt, dann kriegt ihr hier reingeschrieben, dass ihr bereits fertig seid. Kriegt ihr einen neuen Stand, wo ihr auf welchen Platzierungen seid. Und kriegt ihr den nächsten Level freigeschalten. Ich hoffe, dass euch dieses Video Spaß gemacht hat. Dass ihr Lust bekommen habt, bei so einem Coding Contest mitzumachen. Am 22. März ist der nächste CCC und ich wünsche euch viel Vergnügen dabei.